Hallo liebe Freunde der Micha aus Wien ist wieder da. Wir fahren heute wieder Rheinhausen. Die Linie 41. Fahr von Juliansberg Waldhof. Rheinhardshof Reizplatz. Das ist eine lange Linie. Ich glaube das hat 40 Minuten. 1,7. Dann muss er raus. Dann wollen wir das mal weiter kommen. Wir fahren mit dem O530G. Zur Information. Die Kollisionen sind aus. Weil... Das ja leider... Geht. Ich werde trotzdem... Ich bin irgendwo an. Ich weiß deswegen auch nicht, bin wahnsinnig. Perfekt. Ach ja. Genau. Ich brauche ja noch da mehr nehmen. Oh, sieht besser aus. Ja, dann gehen wir es an. Ich denke die Anzeigen kommen automatisch. Ich fahre mit dem Voltgetriebe. Fahre ich gerne. Gutes Sound. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein hätten sie gerne. Oh mein Gott, ich weiß nicht ob ich sowas habe. 23... 21... 80... Würde schön. Also der Klick gehabt, war der letzte. Nächste Haltestelle, Bänische Straße. Nächste. Nächste Straße. Nächste Straße. Hallo. Juliansberg. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Oh ja, jetzt müssen wir... rama, nach packagesation... Oh, das ist das Ding jetzt hier. Не so einen shout-ани. Vielen Dank. Hallo. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Arminstraße. 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 Und, ähm, ja. Ja. Hallo. Tag. Niemand ein Kärtchen, freut mich. Also wie gesagt, das ist keine Reale mehr, es gibt auch keine... Ne, das ist aber nicht so. Das ist so, aber das ist nicht real. Sind halt, naja, halt nicht flächentechnisch nicht so angesiedelt wie Aachen. Aber es sind doch schöne Gebäude hier. Und ja, diese weitläufigen... Weiß nicht. Wolle mich damit nicht so anfreunden, aber okay. Hallo, hallo. Hallo, wer war denn der Farkarte? Ja, sofort melden. Niemand? Verdammt. Du kannst sehen, wir haben einen Abflug. Komm. Momentchen. Nächste Haltestelle in Italienstraße. Hebeln Sch《 mobile?" Ja, am ihm. Ja. Wir wissen Oke, unser Spiel. Du kannst auf diealtraove den Schrauben schmerzen. Klingeln Contraßen. Wir wissen jetzt nicht, dass du herausạtest. Wir wissen es imministerstellen. Es gibt Fragen. Nein, derart von Klingbn greifen. Das nenntaus die Klingeln. Niemand. Vor den Ruin. Eronnen zu haben. F-12 Kinderwagen Schalter ernanntet. Ja, wird. Wenn auch mal die Familie hat das gemacht. Auch ein Kinderwagen-Schalter. Es gibt keine Kinderwagen in den Umsätzen. Was wollen wir da an einem Kinderwagen-Schalter? Ich werde das mal einreden. Beim Bus Simulator 16, wo du die Rollstuhl-Rampe brauchst, weil ja auch Rollstuhl-Fahrer herkommen. Da sage ich okay. Aber was wollen wir da an einem Kinderwagen-Schalter? Wenn es eh keinen Kinderwagen gibt. verlangen könnten. Bitte runterlassen, wir kommen dann weg auch. Hm? Sehr nett, dass er Platz macht für mich. Angesehen! Komm! Moment mal, du bist am是enst zu schnell gewesen, mein Freund. Ich bin noch nicht bei der wo es nicht so... Hallo! Das ist nicht zu schnell, vielleicht. So, es geht gorgeous. Guten Tag. Hallo Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Ruhrgarten. Schau dir wirklich aus, man kann ja nix sagen, ist schön ausgestaltet, nicht ganz okay, ne? Nächste Haltestelle, Ruhrgarten. Kurzsdecke für Schüler, mein Gott, na, was ist alles wohl jetzt? 1,20. Danke. Das ist ne sehr schöne Gegend. Danke. 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 Hallo. Hallo. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Da fährt dein Auto lang. Das Auto hat gar nix verloren. Danke. Hallo. Hallo. Wir haben da eine Lizenz. Belly. Webel. Hallo. Hallo. Können Sie nicht bei der Lizenz dann machen? Usch. Die Lizenz ist an. Ne, ist nicht. Entschuldigung. Schau mal. Nächste Haltestelle. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Hallo. Guten Tag. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Danke. Danke. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Auspuhlen. 16 DMV. orum. Stattbahn. Vielen Dank. Ah, ich hätte hier halten sollen. Ups, jaa, das ist väzie. Ah, ja geil. Hallo. Schönen. Ah, mit den Zehner, du Sau, du. Ah, ja. Nächste Haltestelle, Hauptpost. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Hallo. Hallo. Ah, ja. 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 Hallo, hallo. Hallo. Einen Einzelfahrschein bitte. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das die Stelle ist. Das müsste die nächsten Halbstelle hier Oberstadt sein. Und es ist... Oberstadt, ja. Hier fehlt der Pfeil. Wir haben uns hier unsere Bus-Ampel, die uns jetzt auch schon grün anzeigt. Aber, der Pfeil fehlt. Wenn ich erstmal einen Glück fahre, dann bin ich falsch gefahren. Ja, weiß nicht. Hallo. Ich würde es ja gern quittieren. Ich würde nichts tun. Oh, mein Schlaf. Was ist, warum... Hör... ...möhm... Dämlich. Dämlich. Das ist ein Zerstreißer. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle. Residenzpark. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Neue Stärken. Nächste Haltestelle. 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 Es kann einen normalen Fallen geben, hätte ich 80 und 23 und 25 geschehen. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, normal zu sein. Da hat man hinten da, schaut halbwegs, okay, aber, ja... Aber da so, äh... Das muss nicht sein. Da ist so teppert. Jetzt sei da. Na komm, bevor es dann blödsinn... Boah, bevor es dann blödsinn... Ja, das war vor, dass er wenigstens auf die Lichtruppe reagieren. Da war es die alte, ja... Das ist eine kleine Strecke drin, oder? Ja. Ich bin schon Ich bin schon Ich bin schon Nächste Haltestelle Herrenholz. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Haltestelle Markuskirche. 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 Nächste Haltestelle, Weinbietstraße. Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle ja ganz nett also meine freunde das wird die linie 41 zum rheinland hofer freiheitsplatz aufbauen ab rheinhausen warum sie zwei älteren rheinhausen muss man jetzt sagen ja was ich davon halte ok aber jetzt auch freiwillig bleiben können kein gescheites busmodell keine parzeak lizenz ja einmal wie sie es eirosoft macht kein geld was soll sie es tun hätte freiwillig bleiben können aber ok ich freue mich aus wien bleiben sonst gewogen papa